Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zu den Trends des Monats und wir sind heute zu Gast im Reisebüro Reisewunsch in Dresden in der Dresdner Straße 45 in Kossebaude, nicht zu verwechseln. Und hier gibt es special super Angebote und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Der Michael Wurzel, herzlich willkommen, schönen guten Tag. Wir freuen uns sehr bei euch zu sein und wir haben natürlich auch einiges vor. Und zum Thema Reisen und zum Thema Reiseangebote werden wir uns jetzt gleich mal ganz in Ruhe mit Michael unterhalten, denn wir haben viele super Sonderangebote. Stimmt's Michael? Vor Weihnachtszeit, in der Adventszeit, super wichtig. Kleine Überraschung für Männlein und Weiblein, schon mal die Fühle auszustrecken. Was kann man schenken? Manche schenken Socken oder Schlips, aber wir haben ganz was anderes vorbereitet, Michael. In der Adventszeit, in der Weihnachtszeit bis hinein bis zum Silvesterfest. Was dürfen wir da erwarten ab einschließlich 4. Dezember übrigens, liebe Zuschauer, 2016? Dazu wird uns der Michael jetzt mal ein paar kleine Tipps mit auf den Weg geben. Genau, also wir haben verschiedene Kurzreisen vorbereitet jetzt ab Weihnachten, also Vorweihnachtszeit und Weihnachten und Silvester. Ja, das Schöne dabei ist einfach, das sind Reisen, die gehen hier ab Dresden. Also Dresden ist ja immer so eine Sache, dass man von Dresden noch wegkommt. Und wir haben als erstes erstmal Kurzreisen für 4 Nächte, also 5 Tage geplant. Bedeutet, wir fahren also mit dem Reisebus erstmal nach Prag, bleiben dann über Nacht in Prag, gehen dann weiter mit dem Schiff nach Melnig und Leitmaritz und fahren von dort wieder zurück. Ja, und da haben wir natürlich ganz viele Leistungen mit reingepackt, also ein sehr schönes 3,5 Sterne Schiff mit Vollpension an Bord. Da sind wirklich viele Sachen mit dabei und ja, eine richtig schöne Sache zum super Preis. Kann man natürlich auch super verschenken. Und wir, liebe Zuschauer, schauen uns jetzt mal an, was der Michael meint, damit Sie auch eine kleine Vorstellung bekommen, was die Preise betrifft. Ja, also zunächst haben wir die Kurzreisen geplant, also wie gesagt, 5 Tage, 4 Nächte das Ganze. Für den Preis mittlerweile schon ab 339 Euro. Bedeutet ganz einfach, dass es dann eine Doppelkabine auf dem Hauptdeck, wenn man es ein bisschen schöner haben will, dann kann man natürlich aufs Oberdeck gehen. Hat den Vorteil, man kann eben auch mal die Fenstertüren öffnen und zahlt eben da einen Aufpreis von 100 Euro pro Person. Ja, ansonsten, ein Unterhaltungsprogramm ist mit dabei, Reisebegleitung ab an Dresden, also wir fahren von Dresden Hauptbahnhof weg. Ja, eine sehr schöne Reise und die Termine sind eben 4.12., 8.12., 12.12. und 16.12. und wie gesagt, als Geschenk natürlich auch eine sehr, sehr schöne Sache. Ja, und für alle, die natürlich zu Weihnachten nicht zu Hause sein wollen und mal was Besonderes erleben wollen, haben wir auch eine Weihnachtsreise geplant. Bedeutet, die geht dann los am 23.12. bis 27.12. auch für Einzelreisen sind es sehr zu empfehlen. Hier haben wir auch noch Einzelkabinen aktuell frei, das Ganze ab 459 Euro. Die Besonderheit zu Weihnachten ist dann, dass auch die Getränke bei den Mahlzeiten schon mit im Reisepreis drin sind. Ja, und als besonderes Highlight, wenn man Silvester wirklich mal was ganz, ganz Besonderes erleben will, haben wir noch eine 8-tägige Reise über Silvester vom 27.12. bis zum 3.1. Das Highlight schlechthin ist, wir liegen Silvester unterhalb der Prager Burg, also sehen das Feuerwerk und alles. Ja, und werden dort wirklich ganz tolle Tage in Prag, in Mönig und Leitmeritz erleben. Auch hier dann noch die Getränke alle mit im Reisepreis drin und das Ganze gibt es schon ab 899 Euro. Das perfekte Weihnachtsgeschenk für Ihre Liebsten finden Sie natürlich hier im Reisebüro Reisewunsch in Dresden-Kosseborde. Viel Spaß beim Buchen. Und jetzt für Sie nochmal die aktuellen Informationen, was die Telefonnummer und die Internetseite betrifft, hier direkt aus dem Reisebüro. Telefonisch sind wir erreichbar unter 0351 454 15906 oder per E-Mail jederzeit unter reiseberater.dresden-reisewunsch.de. Natürlich alle Angebote auch unter www.dresden-reisewunsch.de. Und wer jetzt, liebe Zuschauer, noch nicht genug hat, wir haben noch wesentlich mehr Reisen im Angebot hier in unserem Reisebüro. Und wie diese Reisen ausschauen, was sie kosten und was man dort alles erleben kann, das schauen wir und hören wir uns jetzt gemeinsam an. Mit dem Sommer, liebe Zuschauer, kommen auch die sogenannten Traumreisen. Und was Traumreisen betrifft, haben wir hier bei Michael im Reisebüro jede Menge Top-Angebote. Und diesmal geht es um eine Schiffsreise. Sie sehen gerade eingeblendet 30.05.2017 bis 15.06.2017. Und was uns da alles erwartet, das erfahren wir jetzt vom Chef persönlich. Ja, also wir haben eine ganz besondere Schiffsreise vorbereitet, also heißt nie umsonst Traumreise. Das Ganze geht 17 Tage. Und zwar haben wir diesmal gesagt, okay, wir fahren ins Donaudelta, also richtig weit runter, richtig runter bis nach Rumänien mit dem Schiff. Und zwar, wie du schon gesagt hast, mit der Arosa. In dem Fall ist es die Arosa Mia, ein sehr, sehr schönes Schiff. Nicht so groß, 200 Passagiere, also wirklich sehr gemütlich. Und das Ganze natürlich, wie es sich gehört, alles ab an Haustür. Also wir kümmern uns um alles von der Haustür an, von der Abholung, bis es wieder zurückgeht. Ja, und an Bord erwartet uns natürlich auch sehr viel. Und was man schon verraten darf, was ich bestätigen kann, denn ich war selber schon mit der Arosa unterwegs. Es gibt sehr leckeres Essen. Da muss man zwar ein bisschen auf die Figur achten, weil es ist ein offenes Buffet, aber für jeden etwas dabei. Und auf den ersten Blick sagt man, okay, das sind natürlich relativ hohe Preise, wenn man da schaut. Aber ganz im Gegenteil, es sind 17 Tage, ist man unterwegs. Und was noch dazu kommt, was man durchaus auch nicht vergessen darf, dass Kinder bis zum 14. Lebensjahr bei dieser Reise praktisch kostenlos mitfahren. Das ist doch auch mal eine Ansage, oder? Also es lohnt sich auf jeden Fall, eine Reise mit der Arosa zu machen und vielleicht auch zu verschenken in den Sommermonaten. Das waren sie, die Trends des Monats in Dresden im Reisebüro Reisewunsch Dresdner Straße 45 in Kossebaude. Mit dem Chef Michael persönlich und ich glaube, wir haben gute Angebote für Sie zurechtgezaubert. Wir sagen Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit im Namen von myTV Plus und im Namen von Michael. Bis zum nächsten Mal. Ihr Michael und Ihr Steffen Jürgens. Bis zum nächsten Mal.